Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einem weiteren Ründchen, Fall Guys. Ich weiß, momentan tut sich in dem Spiel nicht viel, deswegen spielen wir aber einfach mal wieder mit anderen Leuten. Und zwar mit der TT-Bande, ja, zumindest mit ein paar Leuten davon. Julie, Gramps und Kundran begleiten uns heute auf ein episches Abenteuer in Fall Guys. Ich zeige euch ein paar lustige Ründchen. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir beim Spielen. Ich würde mich selber in Support folgen, gerne ein Like und ein Abo dalassen, ein Kommentar für den Algorithmus wäre auch nicht schlecht. Wir starten auf jeden Fall wieder richtig durch, wenn die neue Season kommt oder vielleicht, wenn endlich mal Big Yeetis released wird. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine ganze Menge Spaß bei Fall Guys. Ja, da höre ich ein Lied. Was gegen die Cheater wäre nett, ja, das stimmt. So, kein Pedro. Oh, da ist ein Pedro neben dem Pedro. Man muss halt in den Team spielen, einfach versuchen dann das Team halt raus zu schmeißen, wo die Cheater drin sind. Fertig. Nein, ich war so clean. Oh, schade. Hatte den optimalen Weg. Oh, hüpft ihr alle. So, ich habe jetzt hier auch ein Zimmer von Kona gekauft. Ich werde hier wieder nur geschubst, ey. Ich weiß, wie es geht. Ich bin noch hinter Julie. Ah nein, hier funktioniert es nicht nur aus, nur funktioniert der Tipp. Oh, die halten den Ball auch. Boah, Pedro, ey, ganz vorne am Start. Julie! Ja? Ich halte dich gleich fest, damit du runterfällst, okay? Oh, ich sehe das Gesicht von Pedro. Pedro ist viel zu schnell. Oh Gott. Oh, ich konnte nicht springen. Gut, dass ich nur X-Bit runter habe. Aua, Pedro wurde von einer großen Bananenkugel erwischt. Aua. Aua. Ich bin auch runtergefallen. Das war's mir weh. Und Pedro gewinnt das Rennen. Ich bin runtergefallen, weil ich den anderen runtergezogen habe. Sag nicht, du schaffst es nicht. Ich könnte sein, weil ich die Karma-Stelle gekriegt. Alle drin, oder? Nein. Doch. Du bist letzter gewesen, oder? Ich war 35. 41. Ja. Letzter. Ich hab die Taube noch runtergerissen. Und dann bin ich aber auch runtergefallen. Ich sag, es ist, dass springen manchmal nicht geht mit Controller. Echt? Hängen geblieben. Oh. So ein Camperlots. Es gibt immer noch Spiele, die ich noch nie gespielt habe. Zum Beispiel durch die Ringe hüpfen. Das ist so schlimm. Das ist schon einiges gespielt. Die Teamspiele, wenn du da manchmal so komische Leute im Team hast, dann ist es halt eh... Du meinst Team Gelb. Ja, oder wenn du Team Gelb bist. Das ist ja nicht mehr so. Das ist ja gepatcht worden, ja. Ich sag euch jetzt, welches Tor das richtige ist am Ende, Julie. Okay. Weil ich krass bin. Hallo, ich... Das letzte Tor ist das linke hier und für uns gleich ganz rechts. Okay. Ganz rechts. Ganz rechts. Ganz rechts. Das letzte. Hast du wieder gesehen? Spalsch. Stell dir mal, Pedro hat ja sogar noch hinten einen Smiley drauf. Das ist ja geil. Ja, Pedro guckt nach hinten. Ja, ich bin direkt bei Pedro gespauelt. Der ist ja voll der Faker, ey. Julie, halt Pedro mal fest. Sau. Aua. Oh. Toll. Das ist die Matsch, die Banane. Wolf, der ist mal gegen die Wand. Quitsch, Quatsch, Trauben, Arsch. Oh, jeder eine Typ, da ist... Der kennt den Weg, hä? Aber am Ende weiß er vielleicht nicht, dass er ganz rechts passt. Wenn du wirklich richtig gehst, stehst du. Oh, Scheiße. Boah. Oh, ich komme gerade. Nicht schubsen. Julie, du schubst mich. Ich mache... Ganz rechts am Ende, ich sag's euch. Ganz rechts, danke. Ey, Julie. Mach rein. Oh, nein, 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 nein. Komm, hört auf. Oh, mein Gott. Pedro, rennen. Oh, fuck. Ich war so weit vorne, jetzt flieg ich raus. Ey, jemand hat mich angeklaufen. Ach, Mann. Jemand. Ach, das war wieder Grand. Ja. Hallo, Marc, die Wippen... Äh, die Wippen mag doch nicht. Ich glaub, Dardo ist unser Prophet. Äh, wir haben einen coolen Dran verloren. Ja? War knapp, ja. Ja, ich war am letzten Tor so weit vorne, und dann haben alle geblockt. Nicht durchgekommen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Das ist neu, oder? Nein, es gibt... Neu. Es gibt, glaub ich, gar nichts. Neues Spiel. Außer das Finale. Dann kommen auch wahrscheinlich alle Alten raus. Hier kannst du die Leute auch wieder, äh, grab it. Ach, ehrlich, können die anderen Leute dann wieder raus? Man weiß es nicht. Möchtest? Das ist so einfach, dass man manchmal schwerwiegende Fehler macht hier. Ja, hier, ich wollte nur auf Schurz gehen. Renz, äh... Da, den anderen Pedro müssen wir... Der andere, den müssen wir raus kochen. Äh... Das kann nur ein gehen. Das kann nur ein gehen. Das kann nur ein gehen. Pedro ist... Pedro ist... Pedro nur echt mit Holzbein. Pedro, runter mit dir! Oh! Renz! Pedro hat dich fast! Renz, pass auf, ey. Machst du. Ich wollte Pedro grabbeln. Ey, hatte einer die Klappe. Oh, jetzt einfacher, aber jetzt kommen wir... Das ist ein Affe. Der Bananen packt die Affe. Jetzt kommt dieses. Ich lass mich ganz nach außen gleich. Ich kenn das noch. Ich dachte, das neue Juli... Das ist auswendig gelernt. Ja, das ist... Oh, nein, Hilfe! Oh! Der Affe packt die Banane schon wieder. Der will dich gleich vernaschen. Oh, oh, wenn immer so viele rumhüpfen... Manchmal hängen geblieben. Oh, steh auf, Pedro! Oh, jetzt nach außen! Nach innen! Gleich kommt die Gamescom-Eröffnung. Oh! 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 Auf Joy! Haben wir keinen Pass dieses Jahr? Jetzt gleich kommen die Gamescom-Türen. Fall nicht. Ach, da ist ja sogar ein Timer rechts. Das fällt mir zum ersten Mal jetzt auf. Hey, Maxi! Da ist die Gamescom-Tür! Ich halte Pedro! Oh, shit! Wir haben's geschafft! Ich hab's auch noch geschafft! Oh, das ist ein bisschen mir zu eng hier. Es sind zu viele! Hey! Ja, aber das ist ein Gamescom! Hoppa! Hoppa! Hey! 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 Kommand los! Was? Hat das... Ihr seid alle drin? Jaja. Ah, na klar! Region dort raus. Da bin ich weggepott. Schade. Hat das schon mal einer geschafft von euch bis zum Ende? Das war aber eine freche Frage. Erst mal dann. Stimmt, wenn das einfach so spontan die Richtung ändern würde, das wäre auch lustig. Oh, Zehenspitzen, da kann man richtig gut schubsen. Tiptoe. Die letzten drei Reihen sind immer verbunden, Bren. Jaja, das ist mir auch schon mal aufgefallen. Ich bin einmal unterm Ziel durchgeflutscht, aber ist da trotzdem gezählt. Pedro, mach jetzt erstmal hier... Flachkörper. Oh, da ist ja gar nichts. Die linke Seite ist ja fake. Hey, nicht so viel schubsen. Oh, da, Leute. Kann sein, da musst du doch gerade... Ich will ja was sehen. Da, ich riskiert es übrigens. Ja, hier, geh du mal, Junge. Haha, gib mir die Kamera. Komm, nimm den grünen. Oh, die Rechnung sind sie gleich durch. Die sind rechtern durch, ey. Kacke. Nein, aber wo ich es richtig glänze? Nein, ich bin raus jetzt, glaube ich. Da geht auf Risiko. Die fallen alle noch runter. Okay, da bin ich noch. Ganz ruhig. Ah, ich hab den Aspenauten noch weggeschubst. Ja, ich war der Letzte. Sehr schön, alle drin? Ja, die beiden haben es ja. Sehr schön. Und da kamen wir auf einmal von rechts angedienst. Hab ich schon gewundert, warum wir so wenig nur noch sind. Aber der andere Fake-Pedro ist noch da. Der hat aber die richtigen Hosen an. Was ist das alles? Das ist nicht die Bananenhose, oder? Das ist nicht die Bananenhose. Dann sieht das aus, wie er ist von einem Vogel. Also Maxi wollte hier Skill sehen, hat er gesagt. Ah. Ecke Hexte. Ja, Julie hat doch noch nie gewonnen, ey. Wenn wir am Ende, dann reiße ich jemanden runter. Ja, aber Julie ist doch nicht dabei. Bin ich dabei. Achso. Kannst du für Pedro gewicheln? Wenn ich Julie, sie bin auch dabei. Aber nicht. Für welchen Ziel? Guck mal her, den Rest dazu. Guck dem Latex-Boy zu. Ich finde das so geil, wenn da einer diese verpackten Lauf-Arrivation hat. Nein, warum kennt der denn da wieder, ey? Oh, dieser Astronaut, Alter. Nichts zählt in einem Boden, ey. Das war Dieb jetzt. Mann, doch, Mann. Okay, Grants, wir springen. Wir teilen uns das. Warte, ich gönne dir den. Nein, warum? Ja, aber jetzt, wir laden immerhin da hoch. Ja, aber es sind nur sechs Plattformen, ja. Besser als nichts. Hauptsache, die zweite Banane verliert. Wenn ich die zweite Banane? Na klar, dann. So, was macht er da für Faxen? Erst mal kurz. Oh, also einer macht unten schon ziemlich viel weg. Also ihr müsst unten mittig aufpassen. Na gut, dann mache ich die mit weg einfach. Wann ist springen besser, wann ist laufen besser? Laufen immer nur, um Leuten die Plattformen zu klauen. Richtig assi. Man muss die so abschneiden, ja. Also, nach ganz unten wollt ihr schon nicht mehr. Nee, ich glaube auch. Hast dir Zeit da. Nach ganz unten war der sowieso dicht. Da sind schon zwei Leute ausgeschrieben. Ey, das sieht ganz gut aus hier. Blau, blau. Ja, jetzt kannst du wieder hüpfen. Sehr gut. Dalu gönnt sich. Dalu spielt morgen noch. Ich gönne mir hier eine Auszeit. Ich mach blau. Da unten, warum rennen wir? Ja, aber da passt bei dir. Ah, der ist runtergeschrieben. Ja, du hast jetzt mega viel Platz unter dir. Oh, oh. Oh, der andere Pedro ist hier auf meinem Rennen. Da sind noch viele Legenden im Rennen, wie es aussieht. Ja, da ist leider ein anderer. Ich wüsste nicht wohin. Oh, oh. Ist da aber doch ein Glück, oder? Nee, hab ich nicht. Hier ist nix. Hier ist halt gar nichts. Pedro! Der andere Pedro ist gerade auf dem Rennen. Da war halt nichts am Platz. Oh, one on one. Sind das jetzt nicht verkauft? Nee. Du musst wirklich langsam sein, Grants. Ja, du hast das Erz versaut. Oh, meine Leute. Guck, es gab Skills zu sehen. Der Gymnastik-Dude. Grants, der suchte das auch. Sehr gut, Grants. Ich spiele das gar nicht so oft. Den ganzen Tag Level 71. 69. Let's go. Erstmal hinter Kunran direkt eins. Oh. Wo seid ihr? Ich bin hier schräg vor dir. Sehe ich gar nicht. Ja, dich sehe ich. Die anderen nicht. Let's go. Yes. Nein. Nice. Nach vorne gekommen. Oh Gott. Und wieder einfach umgekebt. Einfach so. Auffallende. Er gibt da um, der Dalu. Okay. Bei dem Kreise schon mal nicht aufgehört. Nein. 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 Tschüss. Oh, ich bin gerade einfach umgekebt. Oh, wer das gerade gesehen hat, ey. Oh, Abkürzung hat geklappt. An dem ersten Propeller kann man sich nicht mehr aufhalten. Der Affe. Noch wieder, der Affe. Aber du bist doch keine Vanille mehr. Aber frech. Ey, wollen die mich verarschen? Ich... Das... Das... Ja, weil mich immer irgendeiner rammt? Nein, ich hab... Vorher. Das war blöd. Ah. Nein. Armer Dalu. Das war Absicht. Top. Er ist der Affe, dann das. Dann die Taube. Kein Risiko mehr eingehen. Genau, auch für kein Risiko mehr. Die vom Ziel. Oh, da, Pedro. Nein. Warte, warte, warte. Da kommt er. Da ist mir nicht Pedro. Da ist mir gebrass. Bist du die Taube, die jetzt reinbekommen ist? Ja, okay. Weiter! Warte, wo ist die Schacht. Seid ihr auch alle drin? Ach, Juli ist schon drin. Ja, ich bin neun. Hey, wer ist Dalu? Ich bin die Taube mit Holzbein, Juli. Ich bin schon drin. Ach, mit Holzbein. Okay, hab ich gerade falsch angehört. Langsam wird's kompliziert. Ich habe einfach immer das Holzbein. Das nimmt ja sonst keiner, weil man nicht langsamer ist. Das ist eine tragische Verletzung gewesen bei Dalu, ja. Stimmt. Der eine Dino-Standard war da am Anfang. Ist ja lustig, jetzt hat auch jeder mal so unterschiedliche Sachen. Am Anfang hast du einfach nur Tauben gehabt. Oder Wölfe waren auch richtig beliebt. Der Wolfskin ist aber eigentlich ziemlich nice. Man hast nur bekommen, wenn du in der ersten Woche des Releases gespielt hast. Der OG-Skin, ja. Ich habe den A. Du hast, glaube ich, auch am letzten Tag der ersten Woche gespielt, oder? Ich habe einfach fünf Skins. Ich habe keine Ahnung. Hast du dir auch die Pommes gekauft? Das Fast-Food-Set. Die Leute von uns haben da jetzt diesen roten Pfeil über den Kopf. Können wir den Dino raushauen? Den leicht grünen Dino? Da wird schon gebronselt. Der hat einen Dino-Schwanz und einfach nur gelb-grün-Oberteil. Ist der da links, oder wie? Weißt du, wo es Banane ist? Bei mir, bei mir ist Banane. Da, der hier auch bei uns auf der Plattform ist, da. Schubst den doch. Ähm, wurde gerade rausgekickt. Wie, jetzt echt? Ja. Von wem? Weiß nicht. Nein. Wer war's denn? Hier, zu mir, Grants. Ja, ich will jemanden rein, Banane. Schubst lieber den Dino da hinten raus. Wer hat denn Juli jetzt geschubst? Der Dino war... Wurde rausgepresst. Oh, jetzt hab ich nicht richtig auf. Belastend. Gibt es hier, wo alle draufstehen? Ah, den Wolf können wir noch schubsen. Nein. Wirst du raus? Ja. Ich wollte den Wolf schubsen, leider. Das war's wert. Tschüss, Grants. Was, Grants raus? Das ist schon traurig. Ich hätte es verhindern können, denn Juli... War nicht Juli so weit weg von mir? Oder war sie auf dergleichen? Ich war bei diesen, wo tausend Leute drauf waren. Einmal hat's Plopp gemacht. Immer versuchen, in die Mitte noch zu laufen. Oh, der Knaß. Okay, okay. So, jetzt Kunran kraxeln. Danach ist schon Finale fast. Ah, der Affe hat mich rausgeschubst. Ja. Wie redest du mit Grants? Ja, bei Nachwuchsop, glaube ich, eben noch rausgeschubst. Ich wollte gerade sagen, das aber verbiete ich mir. Ja, das musste mal gesagt werden. Gerade wieder in der ersten Reihe. Ich natürlich nicht. Aber hier sind so viele schon. Ja, das ist halt jetzt schon eine Party. Ja, okay. So Party, so Party. Okay, Grants, willst du was sehen? Ich bin ein krasser Kraxler. Da ist der kleine Krieg, oder? Unter das Bayer equipiert schon nicht mehr, oder? Dachsler. Altya. Könnt ihr aufhören? Die Kugel so zur Seite. Nicht die ganze Zeit befallen. Der eine will dich gerewelt. Die ganze Zeit. Such einfach mein Team. Während der Zeit. Ja ich wollte auch abkürzen. Affe mit Windel. Oh, okay. Fahndung ist raus, Leute. Nicht umfallen. Oh, den Hammer wollte er nicht. Ach, Mann, aber wenn er... Ja, geht da vorne, geht aus, Leute. Ach, da fehlt schon wieder einer. Da stellt man sich auch hin, das ist lustig. Oh, jetzt hat mich einen runtergebracht. Erster hier, easy, die Taube. Tut mir sehr leid, wen auch immer ich runtergebrachte. Warte, wo ist Kunran denn? Ist Kunran die 11, 76? Keine Ahnung. Jetzt sind zwei nebeneinander, einer von beiden ist Kunran. Ich bin der orangene. Welche Gesichtsfarbe hast du denn? Orange. Also nicht das schwarze Gesicht. Ah, okay. Ah, das ist Kunran. Einen hab ich empfiegt. Einen Spider-Man. Da ist der Dino, gönn ihn. Ja, aber die sprich. Kunran, der mich lebt. Kunran mit dir. Kunran! Der Teammate von Kunran. Ich wär hier noch am taunten, der eine. Kunrans Mitspieler wollte mich da. Tschüss, Äpfchen. Aber der ist nicht die Wunderhose. Jetzt noch ein schönes Zwei-Team-Teamspiel, also wahrscheinlich Fußball und dann Sieben-Spieler-Finale. Da fällt noch einer, ja. Das ist zum Springen. 14, Leute. Da kann man auch mal hier entweder Fußball oder direkt Finale. Weggehext machen. Weggehext mit 14. Ja, 18 ist Maximum, glaube ich, für Finale. Oh, tiptoe. Zehnspitzen kommen heute aber oft, ey. Manchmal hab ich das Gefühl, dass es tagesformabhängig ist. Hab ich auch schon gehört, das Gerücht. Das Gerücht, das spricht sich rum. Ja, man kennt's. Irgendwer hat irgendwann mal gehört, dass es von der Tageszeit hat, wenn die abhängen. Und von der Temperatur auch. Oh, da ist alles weg. Hier ist doch bestimmt auch noch frei, oder? Wollen wir erstmal ein bisschen Gas geben. Können wir jetzt vielleicht kein Gas geben? Ja, noch geht. Hey, Kunrad ist bei mir unsichtbar. Ja, Schafrechts. Das ist der Asi-Dino, die nur lebt. Schubsen, Leute. Asi-Dino, da. Und dann noch einer rechts, los. Der mit dem Wind ist runter. Da geht's auch nicht weiter. Ihr könnt noch einen geben, weil da backelt. Ich bin relativ weit hinten, leider. Noch einen weiter und dann hoch. Kannst du dich erleben. Oh, komm, da! Ihr fällst, ey, nicht die Tauben vor. Ja, aber der letzte ist nicht safe hier in der Reihe. Dann ist das auch nicht. Dann musst du nach links. Oh, guck dran. Oh, fuck! Oh, komm! Oh, nein! Oh, ich kenn den Weg nicht mehr. Oh, nein! Warte, ich versuche mal, dass wir hier noch nicht weitergehen. Oh, okay. Okay, ich bin nochmal da. Okay. Ich bin wieder da. Ich bin wieder festhalten. Ich gucke mal, ob irgendwas wackelt. Guck, ob es nun wackelt. Nein, 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 nicht schupfen. Da ist noch Kunrad in Ruhe, ihr Schwach. Also, zwei weiter links wackelt es. Es müsste jetzt bei euch sein oder daneben. Ja, lauf! Lauf! Ja, du weißt, man! Oh! Kunrad hat es geschafft, glaube ich. Ja. 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 Okay, Kunrad, Finale. Acht, Leute, mal gucken, was kommt. Wer jetzt nochmal abschwanzen kommt. Nein, 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 dürft ihr nicht. Ah, die Backspitze. Abschwanzen ist unter acht, Brent. Ach, unter acht. Abschwanzen. Das muss man doch wissen. Oh, Kunrad ist vorne. Das heißt doch nicht so, oder? Ja. Na doch, das ist der offizielle Titel, Abschwanz. Ich würde sagen, ihr bleibt alle stehen, weil ich statt Kun in der Mitte damit sind. Ey, Kunrad, los. Der Ninja ist schnell. Kunrad wärmt sich noch auf. Ach, scheiße, ich muss die linke Seite nehmen. Ich geh mal lieber die rechte. Ja, ne, rechts ist halt safe. Oh, die Kugeln. Oh, die Kugeln. Was soll das denn? Delayed. Hehehe. Oh, da ist Kunrad. Oh, Kunrad wurde weggeworfen. Der Ball ist. Oh, das war aber. Was hat der denn so einen geilen Arsch? Guck mal, wie der wackelt. Oh, das wird was. Das reicht nicht. Nein. Aber der geht wieder hoch. Jetzt gönn dir. Yes. Oh, nice. Sehr gut. Geil. Glückwunsch. Dann war es doch das Täubchen, he? Ja, Kunrad ist es halt nicht, ey. Petro ist raus. Petro ist es nicht. Einer bleibt einfach direkt stehen draußen. Die guten Wippen. Boah. Kleine runtergefallen. Aber hier hat man viele neue Chancen, ne? Naja, also die Wippen. Weil da vorne fallen noch mal richtig viele runter, glaube ich. Vorne? Ne, vorne kannst du ja fast gar nicht runterfallen. Wenn du ganz vorne mit dabei bist, dann bist du durch. Das Problem hier sind halt die anderen Spieler, nicht das Rennen selbst. Das sind die immer, oder? Oh, das Holzbein guckt, wie man sich hochzieht damit. Dalu cheatet mit seinem Holzbein. Das Holzbein, damit ziehst du dich halt hoch. Das Holzbein ist es. Ja, damit zieht man sich da die krassesten Ecken hoch. Oh, Kunrad ist auch schon weit vorne. Jo. Ich bin auf der Geiselwippe, aber wir beide machen das. Das ist alles ruhig hier. Ist gut. Am Schatten. Oh Gott, nicht noch weiter. Nein! Uh, da war ich jetzt lucky. Richtig lucky. Oh, was ist das für eine Muskel-Gang? Wie winkt man eigentlich auf die Chancen? Schlimmer als die Mädchen vorhin. Ja. Oh, scheiße. In dem Run geht springen wieder manchmal nicht. Ich bin hinter Julie, ey. Achtung, Lila. Ja, guck mal, ihr seid doch alle close hier. Nein, ist gut, Julie. Wie kann Grandstar existieren? Wie kann Grandstar existieren? Hä? Ich hab Krallen an meinen Füßen. Ja. Was, ey. Komm schon, alle zu Dalu springen. Ah, da ist so ein Pietro mit Titü. Los, Julie, wir warten hier auf dich. Ja. Oh nein, ich werde ins Ziel geschubst. Nein! Oh mein Gott. Wird schon. Mach kein Risiko. Julie, ich werde ins Ziel geschubst. Komm rein, schnell. Nein! Naja, ich versuche es zu beeilen. Ich gebe alles hin. Nicht, kein Risiko gehen. Was ist das? Nein! Wo ist das Einhorn? Das letzte? Jules! Da ist sie. Warum bist du da jetzt gestürzt? So steif war das doch gar nicht. Weiß ich nicht. Julie, jetzt häng dich rein. Oh Julie kann die Balance nicht halten. Hey, ist es glitschig. Julie, das sieht nicht. Aber guck mal mal ihre Schuhe an, Leute. Wir haben gar keine Spikes. Ja, was? Julie, ich bin ehrlich. Ich glaub, das wird nix. Ja, du musst auch immer so eiskalt sein. Bei mir ist Julie jetzt einfach mal unsichtbar. Ja? Was? Wie sind die Hacks? Ja, der letzte steht vorm Ziel. Julie, du müsstest dich geduckt links vorbeischneiden. Warte, ich mach das. Die Tauber hat's vielleicht gar nicht gesehen. Oh Mann, wär ich nicht hundertmal runtergeflogen. Dabei muss es doch nur über sieben Wippen gehen, Julie. Ja, das war eigentlich nur zu viel. Also. Julie freut sich noch über das Spiel selber, Julie. Ja, die Wippen, mein Lieblingsspiel. Hallo, ich seh's immer positiv. Was ein gutes Game. Ja. Am nächsten Wippspiel bin ich, äh, Whippy. Fokus, Fokus, ja. Eier gerangelt. Das schlechteste Spiel. Findest du das schlechteste? Obwohl, selbst hier kannst du noch mehr machen als auf diesen Rolldingern. Ja, wegen dem goldenen Ei. Oder wir sind Team Rot. Richtig. Wir springen hier direkt rüber an den Störtegelb. Da brauchst du ne gute Defense, ne? Wir springen direkt rein auf die goldenen Eier. Naja, wenn schon, denn schon. Ich rappel den Gelben hier immer an, wenn die was hinbringen wollen. Oh, hier hab ich schon. Und dann ... War einfach Team Gelb das Spiel drin. Ab 0. Jo. Ey, denn eine Blaue hilft den Gelben. Warte, ist mit dem los. So, Defense. Identitätskrise hatte der. Bunthram, bist du noch bei? Ja. Hey, 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 lauf und block. Ich bin aber noch schlechter als Gelb. Ich bin aber noch schlechter als Gelb. Rot ist gut. Wir müssen Defenden. Machst du Defense? Ich mach auch Defense. Wie ich mich jetzt hier reinschleiche. Der Bettchenblau liegt da einfach so im Ei. Bei uns sind jede Menge drin übrigens. Oh, die wollen die gelben Eier haben, ey. Das GoldenEye ist noch im Rennen. Jawoll! Das dritte ist... Wir haben alle. Jetzt nur Defenden. Lass die nicht raus, die... Ja, wir haben... Die Schweinebecken. Nicht rauslassen. Ey, hier, nicht das Gelbe. Nicht das Gelbe, ey. Komm da, du kannst doch mal mit seinem Holzbein da kicken. Ey, das GoldenEye ist was raus. Pack's wieder rein. Nein, 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 nein. Halt, stopp. Ey, ey. Da ist ein Triegelei. Okay, das dürfte er haben. Der hat ein goldenes Ei. Ja. Ich hab's. Oh nein. Du musst dein Ei festhalten. Ich hab's. Ich hab's in der Hand. Sehr gut. Zählt das? Nee, oder? Nee, das hatte keiner, aber wir hatten. Trotzdem genug. 24, jetzt noch ein gutes Tiptoe. 24? Könnte Rock'n'Roll kommen, oder nochmal so'n Granzspiel. Die Mid... Jetzt kann er kein Team-Game kommen. Ja, jetzt kommen die Mid-Game-Spiele. Oh, der Sprung-Club. Hm. Mal wieder schubsen. Oh, das würde ich so gern spielen. Nee. Mag das. Mag das. Nein, das ist es nicht. Aber meine Spring-Taste geht auch. Weißt du? Das ist es nicht. Das ist es. Wir halten zu viele fest. Alter. So geht das aber. Du musst die festheben. Mal schubsen. Erstmal auf die Rolle drauf springen. Oh, ja. Ich bin raus. Wie? Was? Ich hab zu der Tolle gecrabbelt mit dem Einen. Da. Dann hat er wieder Spielchen gemacht. Oh, ja. Ich glaub das ist der Nächste raus. Das ist der Nächste raus. Ja. Ich renne mal um die Ecke. Schnell. Du bist raus. Hä? Der Boden geht nicht weg? Nee, nur im Finale. Ach so. Oh Gott. Da wollte mich einer festhalten. So, ich glaube der, der mich festhalten wollte. Das ist schlecht. Boah, das war ein fieser Schwinger. Jetzt gehts riesig. Ah. War ja easy für euch. Außer für Kranz. Ja, hier verliert man nicht. Fußball? Äh, weder auf jeden Fall ein 2-Teamspiel oder Tiptoe. Ja. Aber Fußball wär nice. 7 gegen 7 könnte Fußball sein. Okay, Conrad. Wo bin ich? Was bin ich nochmal? Gelb müssen wir sein, oder? Du bist die Taube noch. Ne, nur war gelb mit. Ja. Das war aber ein guter Schuss gewesen von Blau. Oh shit. Ist der schon drin? Nee, vorgelegt. Für unseren. Ja, die wissen noch nicht wohin, die Blauen. Deswegen übernehme ich. Ihr macht das. Team Gelb gewinnen. Ja, Team Gelb ist es halt. Team Blau kann keinen Fußball. Aber guck dir das an, wie die Taube sich durchsetzt. Hab ich gehört? Die Taube. Das ist Hornsbein wieder. Ja. Ja, geh da rein. Nach rechts. Man kennt da nur auch als Profisportler. Ja. Okay, okay. Dado ist besonders für seine FIFA-Künste bekannt. Zack. Was ein Tor. Und vorgelegt und nochmal. Ja, ich war noch nicht da. Ich war noch vorne. Wird festgehalten immer so. Na, Fußball. Oh. Ja. Guck mal, wer durchdribbelt. Dribbel die, dribbel die. Aber das Ding eiert halt ohne Ende. Genau. 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 Der geht hinterher. Ja, damit ich direkt wieder in der Mitte spawns. Kann ich auch. Komm. Schade. Achtung, da kommt der nächste. Ah, mit dem Keeper. Oh mein Gott. Ne, der Wuck gehalten. Von nem gelben, aber. Das ist der Ball. Oh. Ja, das ist das gelbe Tor. Ja. Hab ich auch gesehen. Zack. Über die blauen rüber. Baba. Ja. Da kam er. Ich hab ihn zur Seite weggeklärt. Oh, ja, den nehm ich ab hier. Oh, der stürme ich. Oliver kann vorbei. Ja, der andere ist auch drin. Oh. Schön. Der ist drin. Der ist drin. Direkt. Aha. Easy. Boah, ist es durch mal wieder. Da, du kannst schon hier rumchillen. Ne, ich chill nicht. Was auf den neuen Bau. So, jetzt haben sie es gehalten. Spielen sogar noch mit hier teilweise. 7-1 hier. Perfektes Ergebnis. Oh. 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 Schön. Keine Pipa. Oh, wir sind weggehex schon hatten. Oh, wir standen bei der ersten Reihe. Wenn ich das nicht abspringen. Oder, der ist noch so ein geiler Typ mit so einem Nasti-Gunzen. Der Uwe haut ein 15er raus, deswegen das muss jetzt klappen. Ja, für Uwe. Für Uwe, ja. Los. Der Uwe ist auch dabei. Los jetzt. Der hat einfach auch so ein Gemüse. Die ganze Sache. Nein. Geht's weg. Ja. Weiter, weiter. Oh, auf der anderen Seite ist Kundran. Das sieht gut aus eigentlich bei euch. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist das Kondom vorne. Das Kondom? Gerade in die Wand. Das war so ein Fünschen. Mit was für Leuten hängst du ab, Kundran? Scheiße, der geht nochmal hoch. Ja. Der andere. Oh. Ist aber noch nicht da. Kunran. Ja. Geht drauf. Das war für Uwe. Für Uwe. Sehr viel. War gut investiert von Uwe. Ja, der Uwe 15 Euro hab ich schneller gemacht. Sehr gut. Darfst du noch nicht durchfallen. Das glaube ich dir aber nicht. Doch. Mit dem Schleim ist gut. Oh. Oh. Oh, okay. Nichts verloren. Nichts verloren. Nichts verloren. Du bist Vorletzter. Hey. Es gibt also immer noch einen der schlechter ist. Hey. Es ist der eine da oben lang. So, mein neues Ziel besser als Grenz werden. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Oh, ich habe ein Problem. Beigedrängelt. Jetzt noch die Liebesballs. Das wird aber nichts. Da sehe ich dich noch nicht. Ja, da sehe ich dich. So, mit Liebesballs kennt sich Julie aus. Achso. Ha? Schon mal gesehen. So. Ah, warum machst du das, Jules? Sag mal. So, ich bin im Ziel, Julie. Weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht. Ja, ich auch. Ja, Jules. Erzähl mal, ha? Locker aus der Hose geschickt. Der Erpel ist noch drin. Holzbein-Power. Aber da wird kein Holzbein mehr. Nee, nee, nee. Da muss man, da muss man den Erpel ganz spielen. Ah, ok. Alles oder nichts. All in. All in. All in. Da muss man wieder lange warten. Das Spiel wird noch ausgesucht. Hallo? Der Torhunger. Das Lieblingsspiel. Ein sehr, sehr schweres Spiel ohne springen. Stimmt. Aber du schaffst, am Ende musst du springen, oder? Nee, nee, musst du nicht. Du musst perfektes Timing haben, am Ende, dass das Tor ganz unten ist. Dann schaffst du es nicht. Achso. Ich dachte, man muss einmal jumpen. Du kannst ja noch hechten. Du kannst ja in der Luft auch hechten. Ich habe auch nur eine Chance, weil es zweites Spiel ist. Alles oder nichts, oder ich cheate. Alles oder nichts. Gleich fliegt er wieder los. Und er geht dann durch. Nein, das wird nix. Ich muss schubbeln. Oh, Juli ist da ja. Der ist richtig gut reingesprungen. Scheiß auf die Challenge. Ich musste zweimal gieten. Was? Also ganz kurz vor der Linie. Einfach eng geblieben. Ja, sonst wäre ich raus gewesen. Hast du ein bisschen gesprungen, okay. Ja, der hat F9 gedrückt und dann ist er los geflogen. Ich bin nicht gesprungen, ne. Einfach los. Die Challenge war nur nicht springen. Ah, scheiße. Langsam spüre ich es, Leute. Mit dem vorjumpen und so. Ich spüre es. Oh nein. Abschweifung. RT, ne. Also hol... Also ich meine... Saluca, wenn du auf dem Schleim hüpfelst, du schnell... Das weiß ich. Die Challenge war nicht zu springen. Boah, ich habe keinen Schwanz, Leute. Ich weiß einfach nicht, wie das Spiel geht. Ja. Weicht jetzt. Da, ich sehe schon einen Schwanz. Ich treffe so, als ob ich AFK bin. Oh, da wurde einer von dem Hammer zu mir geschubst. Ja. Du musst einfach den Pedroskin nehmen und mit dem Schwanz gegen die Wand gucken. Vielleicht sind... Die Melone ist gerade einfach stumpf um einen mit dem Schwanz rumgelaufen. Kann man auch. Ich wollte es lieber dann. Ich habe ihn. Äh, Juli. Ich habe einen Schwanz, nein. Verhalt ihn. Oh Gott, ich habe den Sprung nicht, wo du mir gezeigt hast. Den Gewinnersprung? Ja. Ich laufe jetzt unten. Ah, da. Ich sehe dich. Oh, du wurdest abgespannt. Oh nein. Oh mein Schwanz. Oh, da kommen uns welche ohne Schwanz entgegen. Was ist los? Oh shit. Oh shit. Okay. Gibt es halt einfach der dritte mit Schwanz? Das war aus Kundrans Wunde. Hallo? Ja eben. Wollte ich gerade sagen. Nichts, was ein Kundran sagen würde. Das Spiel hat ihn verzaubert. Juli, wirst du bei mir nicht hinterher rennen. Ja, ich... Juli! Ja, ich... Wollte ich nur vertreten. Ich hab die... Die Henne hier... Äh, dann... Was ist der Fick? Die Henne? Nein, ich habe die Henne da runter gezogen. Fuck, der hat auch einen Schwanz. Nein. Ich will meinen Schwanz mehr haben. Kundran in Thailand. Nein, das ist da. Den will ich nicht haben. Nein, ich hab... Nein, ich hab... Erstmal raus. Hast du keinen Schwanz, bist du einfach nicht dabei. Da war ein Jump. Ja, Leute, ich spring die ganze Zeit. Ich hab im letzten Spiel beschissen, sonst wär ich raus gewesen. Ja, die Challenge musste geopfert werden, damit ich weiterspielen kann. Alles für den Win, ja. Eben. Ja, sonst hätt ich ja zugeguckt. Die... Die Ausgangssituation war klar. Entweder springst du nicht weg, oder? Dann spielst du weiter. Dann springst du nicht und bist raus. Ich hab einfach keinen Schwanz mehr bekommen, was soll ich sagen? Ja. Du findest dich nicht angestrengt. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Dieb, ja. Oh, das hätte ich gern mitgespielt. Nefarius, hab einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank nochmal für deinen Support. Bei dir Team Blau. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht. Hast du mehr Team Blau? Nee, Team Gelb, oh shit. Oh. Ja, dann. Viel Glück. Das war's. Team Gelb. Schöne Diagonal durch. Nach rechts leicht, leicht nach rechts. Und wenn wir da rüber sind... Ja okay, wir müssen uns jetzt für eine Seite entscheiden, sonst ist es unnötig. Oh Gott, jetzt geht's genau. Und jetzt wieder nach rechts, wieder nach rechts, wieder nach rechts. Diagonal durch. Zack, 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 zack. Wir sind gar nicht mal so schlecht gerade. Wir sind... Wir hätten noch viel früher hier raus sein können. Kommo. Kommo. Kommt auch niemand mehr zum Glocken. Ich verteidige gegen Team Road. Ich hasse Team Road. Ich helfe mit. Ach so, alter ist dann. War doch easy. Ich glaube immerhin am Ende noch unten. Zehn Leute, da sind wir wieder im Finale. Judy auch? Nein. Ich hatte doch keinen Schwanz mehr. Das ist jetzt der Fear to win. Ja, holt da. Werkspitze, da wird wieder gestürmt jetzt. Ja, du fliegt jetzt eh gleich los, wissen wir doch. Scheiße, bin ich da... Oh, es gibt einen Airplane in der ersten Reihe und einen in der zweiten. Ich habe mich nicht gesehen, oder? Ich habe mich nicht gesehen, oder? Ja. Aber ich bin ja noch hinter dir. Hinter mir. Mal gucken, wie ich davon ziehe. Zack, 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 zack. Jetzt muss ich hier einen guten Turn durchkriegen. Ja. Ja, ja, ja. Jetzt kommt der Ball, den man ausweichen muss. Ich bin raus. So. Jetzt muss man Glück haben. Zack. Schnell die Seile wechseln. Ich kann nicht mal ein Gribbeln. Bumm. Da ist gerade keiner da. Ja. Da. 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 Das kann er halt. Da muss da rein. Der andere Ernst ist auf der anderen Seite. Ja, aber das... Schau mir nicht, schau mir nicht, schau mir nicht. Nein, 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 nein. Ja. Ja, hat er geschafft. Ja. Geilig. Sehr gut. Der Erbel hat's gemacht. Derbel. Challenge geworfen, nur um zu... Einfach gethrowed hat. Scheiß auf die Challenge. Ich will die Krone. Der Film, der hat getredet. Eigentlich wollte er ja gar nicht springen. Get set. Der Film. Der Film. Der Film. Der Film. Der Film. Der Film. Der Film.